Okay, das war zwar nicht der Plan, aber ich dachte, man könnte die so fernkampftechnisch. Hier ist noch einer. Hört ihr das rascheln? Da ist er. Sehr schön. 286 Seelen gibt einer. Und hier ist aber nichts drin. Okay, hier ist auch nichts, hoffentlich. So, jetzt gibt es hier nochmal zwei Räume. Vorsichtig umschauen. Äh, wo sind sie denn die? Sitzen die? Ne, da ist einer. Oh Gott. Ja, der AOE-Angriff. Ein verfluchtes, verfluchter Angriff. Wenn der trifft, ist euer Leben... Okay, es gibt keine mehr. Ist euer Leben ruckzuck dahin. Aber wenn nicht, wenn ihr blockt, ich glaube, dass sie, wenn ihr blockt, nur eure ganze Ausdauer ab... Oh, neues Pharros. Wahrheitswerk, keine Ahnung. Ne, mir wisst Bescheid. Wenn ihr die Ausdauer voll habt, dann zieht es eure ganze Ausdauer weg, glaube ich. Ich glaube nicht, dass es dann euer Leben zieht. Okay. Und wenn ihr halt nicht blockt, dann, äh... Ne, ihr wisst Bescheid. Versucht sie? Vorsicht vor irgendwas. Null. Boss voraus, oh Gott. Boss voraus, das hört sich nicht gut an. Oh Gott. So. Ähm, Boss voraus, ja. Geil. Habe ich echt keinen Bock drauf. Kann man hier schon rein? Verschlossen. Nein. Okay. Dann, ähm... Versuchen... Okay, wartet aber, bevor wir den Boss an... Bevor wir den Bossen machen, wechseln wir mal kurz noch die Ringe. Und zwar benutzen wir da mal ein Heb-Tod auf. Warte mal, ich gucke gerade nochmal. Wie soll der göttliche Rechte überleben? Er wurde von der Schönen des Ruhnes im Weißen, ne? Jeglichen Verlusten bei Tod. Ja. Genau. Ich will nämlich nicht, dass unsere Seelen verloren gehen bei dem Versuch... Bei diesem Boss. Der sogar eine Cutscene hat. Endlich mal wieder. Oh Gott. Äh. Häääh! Buh! Ii. Äh. Wo hast du dieses Schwert her? Es hat das Licht ausgepustet. Warum? Es war hell genug hier. Oh shit. Okay. Scheint umkreisen, scheint zu helfen. Oh Gott. Also umkreisen heißt, äh... Ne? Und ist Bescheid. So in den Brücken fallen. Das scheint gut zu funktionieren. Oh Gott. Oh fuck. Die Bitch. Okay. Schnell drinken, bevor... Er angreift. Sie es sie. Die verlorene Sünderin. Puh, das war knapp. Ha. Ja. Oh shit. Okay. Zum Glück haben wir eine etwas gute Rüstung. Das heißt, sie macht nicht allzu viel Damage. Sicher. Sicher. Ach so, ich glaube, ich weiß, was... Ähm... Das Lichtausmachen bewirkt. Und zwar... Die, äh... Anvisierung... Wurde vermindert. Ja, ich glaube, die Anvisierung wurde verkürzt. Also die Reichweite. Ja. Oh shit. Oh shit. Oh Gott. Wir haben doch schon ein halbes Live. Okay, also immer in ihrer Nähe bleiben. Bis sie einen Angriff macht, wovon sie sich erholen muss. Okay. Oh Gott. Ausdauer. Alter Junge. Das wird knapp. Wir brauchen eine Möglichkeit, um zu heilen. Diese Möglichkeit. Ja. Geil. Perfekte Möglichkeit. Jetzt sind wir wieder auf dem gleichen... Gesundheitslevel. Okay. So. Das war die Möglichkeit. Okay. Das war unsere Möglichkeit, uns wieder vollständig zu heilen. Komm schon, verlorene Sünderin. Du kannst nix. Ja. Triff uns auch nicht immer. Du hast ein riesiges Schwert. Weißt du das? Immer wieder reinhauen. Komm. Oh shit. Oh shit. Fuck die Bitch. Keine Ausdauer, ey. Wir haben echt zu wenig. Haha. War wahrscheinlich Glück, dass wir... Ausgewicht. Ausgewicht. Keine Ausdauer. Puh. Das war knapp. Das war die verlorene Sünderin. First try. Große Seele umarmt. Verlorene Sünderseele und ein paar Seelen. Geil. Was ist das für ein Sound? Okay. Was steht hier? Geschafft und dann gelobt sei die Sonne. Jetzt. Verstehe ich nicht. So, aber ich würde mal sagen, weil ich... Komm, weil hier noch kein... Nicht so viele Nachrichten stehen. Machen wir mal. Kann man das schreiben? Äh... Konzepte... Kann man schreiben? Viel Glück? Nee, oder? Techniken... Puh. Ja, komm. Egal. Okay, er kämpft gerade auch gegen sie. Mit Magie. Okay. Scheint zu funktionieren. Aber jetzt geht es erstmal weiter hier durch diese vermonate Tür. Mit 72.000 Seelen. Okay. Oh, Nachricht lesen. Versucht links. Das sah mir so aus wie eine Sackgasse wegen diesen... In dieser Stelle hier. Seht ihr das? Wo das hier so ein bisschen kantig aussieht. Gute Arbeit. Ja, dankeschön. So. Schatzkiss, ein gebührender Lohn für uns. Duftzweig und Elisabethpilz. Duftzweig und Elisabethpilz. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Ah, okay. Ah, hier. Duftzweig. Stellt versteinertes Leben wieder her. Aktiviert Fahrhausapparat. Ähm. Ah. Oh, hier. Verlorene Sünderinsel. Oh, ich glaube, das ist eine große. Oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Was ist das hier? Ah, das Schwert wurde abgebrochen. Seht ihr das? Das Schwert ist kaputt. Also muss es etwas Besonderes sein. Es ist nämlich ein Urleuchtfeuer. Leuchtfeuer des Sünderhügels. Dann, dann, dann. Ein Urleuchtfeuer wurde erneut entzündet. Oh, ich glaube ich doch. Es war ein, einer dieser Riesenbosse. Dieser Riesenseelen. Ach, schade. Dass jetzt schon, dass wir jetzt schon eins haben. Wahrscheinlich war der ganze Weg nur für eins gedacht. Das war natürlich dann gut. So, aber erst mal, was verbrennen wir den edlen Knochenstauf? Äh, die eine Kraft hat den Estes Flakon gestärkt. Sehr schön. Dann, äh. Tja, wir sind halt im Bauer. Oh, mehr sagt sie nicht. Okay, dann leveln wir erstmal ein paar Mal. Wie viel können wir denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Elf Mal! Oh Gott, okay, wir gehen zweimal auf Kondition. Zweimal. So, das auf Belastung. Ähm. Alter, wie oft muss man denn auf Zauberer gehen, um zu slotten? Ähm. Balance haben wir extrem... Ach, Balance ist extrem wenig. Deswegen. Dann machen wir drei auf Anpassung, damit unsere Balance steigt. So. Swank. Geil. Können wir Estes Flakon verstärken? Ach, haben wir nicht. Gut, dann nicht. Aber was wir noch tun könnten, ist, äh... Mal schauen, was die dazu zu sagen haben, dass wir so eine Riesenseele gekillt haben. Ach genau. Warte mal. Äh. Der Ring, der war ja nur zu Vorsicht da, deswegen wird der gleich mal wieder ausgerissen. Da haben wir nur noch 55 Prozent Belastung. Also wir könnten ruhig mal schwer... Ach, da ist die Katze. Oh. Wer bist du wieder? Hey. Nein, ich bin nicht ernst. Du hast ja einen ziemlich leidigen Scent. Vielen Dank. Der Typ, der ich mich ziemlich fasziniert habe. Okay. Okay, Gegenstand kaufen. Den Ring. Den Ring müssten wir uns kaufen, oder? Der Ring hat Fallschaden. 13.400. Hm. Mal schauen. Nee, nee, noch nicht. Erst, wenn wir genug Kohle haben. So, was ist denn hier, Kollege? Ich bin glücklich, dass du siehst. Ja, ja, bla bla. Aber ist auch immer dasselbe. Hm. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Was ist das denn? Oh. Lässt er erstmal fett die Sachen von der Dingens verkauft er erstmal schön. Von der Sünderin. Ich will, dass wir mal was Neues haben. Ah, komm, nee. Ja, ja, bla bla, du hast nichts Geiles. Ah, 4700. Hä? Wieso leuchtet denn da jetzt das Licht? Hm, mal schauen. Warum leuchtet das Licht? Erstmal nachlucken, wa? Oh. Hey, warst du nicht beim Turm? Oh, hallo, da. An honor to see you again. This room is not as it seems. There are two, not one half way is leading out. And only this lovely thing reveals the other path. Aber das hat doch keine Funktion. And this, you lovely thing, only runs on miracles. Ah, natürlich. Shall I provide you with one? Hm, hm, nee. Ah, wir wollen aber trotzdem den Pfad begehen. Dafür brauchen wir 2000 Seelen hier. Bitteschön, ich übergebe dir 2000 Seelen. Damit du auf den Knopf drückst. Damit. Der Weg. Der Weg, der verschlossen wird. Aber sich der neue Weg öffnet. Thank you. Thank you. Hurra für Wunder. Ja, alles klar. Brauchten wir nicht. Rötliches Wasser. Was macht das denn? Was macht das denn hier? Denn bitte. Ach nee, wartet mal. Bevor wir hier weitergehen. Stell TP und Zauberinsatz wieder her. Achso, für Magier. Bevor wir hier lang gehen. Habe ich irgendwie das Gefühl. Ja, das Gefühl nicht sonderlich. Aber das Verlangen. Bei den Grittern das nochmal zu versuchen. Wisst ihr, was da noch? Ja, bestimmt, oder? Diese drei goldenen Ritter, die uns total fertig gemacht haben. Aber jetzt sind wir ja stärker. Vielleicht haben wir jetzt auch mal eine Chance. Gegen drei. Ja, zu dritt, wisst ihr. Das ist auch echt so unfair. Wir sind alleine. So, aber erstmal will ich hier noch unsere dreiseitigen Steine loswerden. Vielleicht lassen die ja mal ein mega geiles Item fallen. Vielleicht hier Item zum Ende des Spiels oder ultimative Waffe, die immer ist und ihr keine Chance mehr habt. So, aber hier gibt es ja noch einiges zu tun. Da hinten diese zwei Lappen. Vielleicht können wir die jetzt auch mal besiegen. So, hier müssen wir ja wieder... Ablegen. Einen. Wir zurückgelassen. Okay. Gelbes Kraut. Geil. Ja, ich mach doch. Ja. Komm schon. Alter, irdischer Stein. Was ist das denn jetzt? Alter, irdischer Stein. Komm, wir machen es noch einmal. Nee. Nee, das war Stein. Alter, irdischer Stein. Was soll denn das sein? Ist das was zum Verbessern? Ach, hier. Alter, irdischer Stein. Irdische Kräfte. Uuuuh. Äh. Okay, alles klar. So, letzterseitiger Stein. Naja, bla bla bla. Mitternachtstein. Geil. Ich hab nichts mehr. Da. Oh, erfüllt die Ausrüstung mit Finsternis. Cool. So, zack. Jetzt versuchen wir mal die zwei Kollegen dort im hinteren Bereich. Da. Der eine ist offensichtlich, aber der... Ja. Ihr habt keine Chance mehr. So. Der eine ist ja da, aber der andere steckt sich ja fieserweise dort hinten. Wartet mal. Können wir den von hier aus? Oh, warte mal. Na, komm. Noll. Ah, wie geil. Oh Gott. Sie kommt zu zweit. Hilfe. 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 Sie kommt zu zweit. Schnell über die... den sicheren Grund. Oh, cool. Ich hab... Du kommst da nicht rüber. Ah, du bist einfach nur fett. Oh. Dachte der ohne Ausdauer. Tja. Das war Nummer eins. Ja, too easy, wa? Wir sind halt im Bar. Mit unseren 700 Pfeilen. Jetzt bewegt er sich auch. Ja, geh ruhig hier lang. Das ist immer eine gute Entscheidung, dort lang zu gehen, wo du nicht lang gehen kannst. Trottel. Komm, machen wir den so fertig. Das war, glaube ich, die falsche Entscheidung. Oh Gott. Ah. Ja. Pam, Pam, Junge. Das war Nummer zwei. Aber was hat es uns gebracht? Ich hab keine Ahnung. Ist ja ein Item. Nee, das Einzige, was hier ist, ist dieser merkwürdige Sarg. Worin... Äh. Alter Schimmernder-Lebensstein. Stein aus Kristallitäten. Die Natur eurer Existenz hat sich verändert. Hä? Und was genau? Okay. Falls ihr wisst, was das mit... Was sich... Was das damit auf sich hat. Schreibt es doch mal bitte in die Kommentare. Vielen Dank. Hat hier auch einen Schaden gemacht? Ja, komm. Ich will nicht zurücklaufen. Deswegen benutzen wir mal ganz frech einen Homeward-Born oder einen Heimatknochen. So. Swagin. Schimmernder-Lebensstein. Alles klar. Ah... Welcome back to Majula. Wieviel brauchen wir denn für einen Level ab? 7.000. Okay. Das können wir, glaube ich, noch arrangieren mit unseren 10.000 Seelen, die wir hier haben. So. Was bringt denn... Komm, wir machen mal 3. 5.000 Seelen, die wir hier haben. 5.000? Ne, 3.000. Äh. Hm. Ich würde sagen, so. Na? Reicht das für 2 Level? Barrow of the Curse? Ja, bla bla. So. Erleuchte mich. So. Wir machen noch 2 in Anpassung. So. Jetzt sind wir schon Level 70. Das geht nicht so viel rasant schnell. Man hat keine Ahnung, wie schnell man hier levelt. Also man merkt es eigentlich gar nicht. So. Wieder ein bisschen mehr in Anpassung. Wir werden nicht so schnell aus der Bahn geworfen. Und dann geht es mal weiter. Komm, weil wir es können, benutzen wir eins davon. So. Ein bisschen Menschlichkeit tut da auch mal gut. Wahrscheinlich kommen jetzt hier wieder 10.000 Leute, die gerufen werden wollen. Oh. Hier ist ja gar nichts los. Okay. Okay. Okay, hier ist es tief. Hier ist es sehr tief. Also begeben wir uns mal an den Rand. Oh. Oh. Okay. Halleluja. Knappe Sache. Hör. Das war's.